Diese hier angebotene 2-Zimmer-Mietwohnung ist ab dem 1. Dezember 2013 bezugsfrei. Die Etagenwohnung befindet sich in Bad Kreuznach. Das 5-Etagen-Haus wurde 2013 saniert. Die Immobilie hat einen Personenaufzug. Das Objekt verfügt über ein Schlafzimmer, ein Badezimmer, eine Einbauküche sowie einen Außenparkplatz. Die Ausstattung entspricht einem gehobenen Standard. Bei einer Wohnfläche von ca. 48 m² beläuft sich die Gesamtmiete dieser Etagenwohnung auf 680 Euro. Für nähere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.